hey was geht meine freunde und herzlich willkommen zurück zu ein kleines saftiges video ich hoffe euch geht's gut heute zeige ich euch ein ganz super solo um money glitch ich hoffe es gefällt euch wenn er haut immer fünf likes abonniere den kanal dann dankeschön für den support und zwar für den glitch brauchen wir als erstens ein bunker mobile command zentrale wo dein persönliches vater reinpasst wie zum beispiel man easy ich empfehle euch macht das bitte nur mit dem easy nicht mit dem allergy oder weiß was ich bin easy bekommt ihr knapp 3,6 millionen pro verkauf finde ich eine mega krasse aktion denkt dran verkaufslimit übertreibt das bitte nicht verkauft wie ich zum beispiel pro tag nur zwei autos ja ich bin sehr sehr vorsichtig damit und ich will keine verkaufsperre bekommen und so weiter ja wenn ihr übertreibt kommt nicht zu mir also auto ist draußen kann einfach stehen bleiben was brauchen wir noch wenn nachtclub basis spielhalle oder arena ich bekomme es am besten nachtclub hin ich weiß nicht warum und da ist alles einfacher für mich dann brauchen wir noch ein mit her fahrzeug und zwar dieses fahrzeug ja ich weiß sau teuer aber es ist zurzeit der einzige solomanity einfach kurz gönnen so liefereingang erstmal kurz rein schmeißen einfach zack ersetzen fährte ja ich habe das rest schon aufgenommen deswegen mache ich das jetzt nicht weil die aufnahmen freuen die war einfach kaputt ja wie gesagt einfach machen leute hier mache ich jetzt vielleicht ein cut ihr seht auch gleich ich bin öffentliche lobby ich denke es ist schnuppe egal wo ihr seid ich will sagen leute viel spaß mit meinem rest gameplay jetzt haut rein bis dann tschüss bei der einstellung habe ich freies ziel also ihr könnt im prinzip jeden zielmodus nehmen was ihr möchtet ist eigentlich egal ihr könnt auch jetzt ein fahrzeug nehmen ein straßenfahrzeug sehr sehr wichtig ist einfach nur bitte kein persönliches fahrzeug anfordern sonst ist der glitz futsch so ich bin mich kurz rüber da seid ihr bei der nachtclub angekommen schnappt euch das fahrzeug so einsteigen ist mein erster versuch jetzt leute seid mir nicht böse also ihr müsst nach vorne schauen und hier ist es so wenn man charakter nach rechts rüber geht ich mache das mal in diesem zeitraum mein charakter nach überrutscht gibt der gas wenn es nicht klappt euch charakters tropfen rüber gerutscht könnt ihr einfach das nach rechts drücken wieder und den klitsch noch mal machen fährt ihr raus und das auto verschwindet nicht dann müsst ihr den klitsch wieder von vorne machen ja bunker fahrzeug ausstellen hierher fahren wieder und wieder von vorne halt wir probieren es mal wichtig ist nur ihr drückt die fallt hast nach rechts zuerst halten und r2 auch halten bis hier draußen sporn also falls das nach rechts weil es bei mir nicht funktioniert wir rutschen darüber also rechts halten gas geben hat funktioniert halten 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 super ich bin mir jetzt wieder zurück denkt dran kein persönliches fahrzeug holen sonst ist der glitsch sagt das immer schon sehr sehr einfach leute macht es auch gesagt ist die schnellste methode nach a nach b zu kommen oder b nach a wieder sehr sehr einfach hier ein kleiner tipp ist das fahrzeug unten nicht mehr verfügbar das fahrzeug steht jetzt draußen und hier geht wieder raus das fahrzeug verschwindet keine sorge das fahrzeug ist nicht gelöscht worden nicht verschwunden bestellt einfach ein neues fahrzeug und sagt ist das auto was hier unten von war wieder immobile kommandozentrale so einfach einsteigen und ich war es auch gar nicht mehr wo mein originale wie sie ist ich weiß gar nicht mehr wo es ist ich habe so viele schon so x wenn er klitsch jetzt weitermachen möchtet müsst ihr den easy von dem nachtclub jetzt rausfahren abo abspeichern fertig oder wieder her fahren und klitsch wieder von vorne machen klar ihr müsst jedes mal das fahrzeug kaufen aber leute es ist zurzeit der einzige solomanet mit im prinzip sehr sehr einfach gut ich bin eigentlich raus wenn euch das video gefallen hat lasst den leichter abonnierten kanal bis dann meine freunde mir verkaufen das fahrzeug noch haut rein tschüss abo abspeichern Bis zum nächsten Mal.